Herzlich Willkommen Kryptofreunde, Investor und Newcomer. Was geht denn ab Leute? Ich hoffe ihr habt einen wundervollen Start in diesen Tag. Die Sonne scheint draußen, zumindest hier in Bremen und erwartet und empfängt uns hier wirklich schön ins Wochenende. Die Joe Biden Administration hat aber was anderes mit uns vor. Sie haben jetzt die Kryptowährung zur Angelegenheit der nationalen Sicherheit gemacht. Und was das für unsere Kryptoinvestments bedeutet und welche Zusammenhänge wir noch weiter gebildet haben zwischen den Banklobbyisten in der US-Regierung und dem was jetzt passieren könnte und wie unsere Investments dadurch beeinflusst werden können. Darauf gehen wir kurz und knapp hier in diesem Video ein. Wir haben weitere Adoption. Warner Music hat sich mit Sandbox verpartnert, um Konzerte der unter ihnen im Vertrag stehenden Musikanten im Metaverse anbieten zu können. Verrückt Leute, es geht wirklich in eine verrückte Ebene, in welche Richtung es mit diesen Metaverse-Geschichten geht. Wir haben auch noch weitere Adoption im Bereich Cardano. Wir haben eine Auslastung in der Cardano-Blockchain von fast 94% erreicht, was sehr, sehr gut ist. Es wird zwar immer weiter kritisiert, aber wartet es ab. Wenn Hydra kommt, werden all diese Geläster und dieses ganze Quatsche über Cardano und es ist noch nicht so hoch skalierbar, wird alles verschwinden und dann werden alle nur noch positiv davon reden. Und wir haben fast 1000 Plattformen erreicht, die Smart Contracts auf Cardano-Blockchain, auf der Cardano-Blockchain nutzen. Und das ist richtig verrückt Leute und das weist uns einfach hin, dass da reges Interesse herrscht für die Cardano-Blockchain im Bereich Smart Contract. Okay Leute, gucken wir uns jetzt erstmal den Markt an, bevor wir auf die News eingehen. Der Markt, wie wir hier sehen können, hat nichts Besonderes gemacht. Wir flaggen noch seitlich, sehr, sehr langweilig. Die Bitcoin-Dominanz war auf dem Weg zur 43%, hat jetzt wieder nachgelassen, schwingt hier hinten unten genau bei der 42% rum. Die gesamte Marktkapitalisierung ist bei 1,6 Billionen, hat sich also nicht wirklich verändert. Der Fear and Greed Index bleibt auch gleich, macht wieder einen auf Stablecoin. Nichts Außergewöhnliches, was hier passiert. Investoren sind sich halt noch nicht sicher, in welche Richtung der Markt geht und warten jetzt lieber ab. Statt ihr Geld da rein zu pumpen und es kommt wieder eine Korrektur nach unten. Oder statt Short zu gehen, wie viele Leverage Traders tun und das Ding geht wieder etwas nach oben und sie werden alle wieder liquidiert. Also es ist noch recht verhalten, was hier passiert auf dem Markt. Wenn Leute, wenn ihr dieses Video mögt, dann liked dieses Video. Haut eine Bud Spencer Hammerfist komplett auf den Schädel von diesem Like-Button, damit YouTube endlich mal erkennt, dass sie uns weiterempfehlen soll. Das Ganze könnt ihr natürlich unterstützen, wenn ihr das Video von vorne bis hinten durchguckt und das Ganze auch teilt mit euren Freunden. Wenn ihr tägliche News zu Kryptowährungen und Hintergrundwissen zu Altcoins haben möchtet, dann abonniert diesen Channel auch gerne und legen wir los. Was haben wir jetzt für News gehabt heute? Guckt euch das mal an. Die Biden-Administration, die will wahrscheinlich oder sie wird Kryptowährungen zur Angelegenheit der nationalen Sicherheit machen. Was bedeutet das genau? Sie wollen genaue regulatorische Frameworks aufbauen für Kryptowährungen, Stablecoins und NFTs. Und das bedeutet für uns, dass die US-Regierung wesentlich stärkeren Einfluss in Zukunft auf die Kryptowährungen haben kann, als uns das lieb ist. Ohne weite Umwege, ohne irgendwelche Kongresssitzungen, ohne irgendwelche Gerichtsurteile abwarten zu können, können sie einzelnen US-Organen die Macht geben, bestimmte Kryptowährungen und bestimmte Exchanges nach Belieben zu steuern. Denen zu verbieten, bestimmte Kryptos anzubieten, eventuell den Handel für eine begrenzte Zeit oder auch unbegrenzt zu schließen. Und das ist kein gutes Zeichen, Leute. Das finde ich nicht gut. Und wie wir das Ganze in Verbindung mit dem Bankensektor gleichbringen, das ist auch nochmal interessant. Wenn wir uns mal anschauen, was wir hier noch für News haben. Die Treasury soll hier die Macht bekommen, um zu entscheiden, wie sie mit Stablecoins umgehen. The Biden Administration's Crypto Strategy hinges on Stablecoins. Das heißt, die Biden Administration geht hier stark gegen Stablecoins an. Warum wohl? Wen können sie das bevorteiligen? Und hier wird es unten auch gesagt, the ultimate beneficiary is likely to be the big banks. Also die großen Banken, die werden natürlich Vorteile davon haben. Warum ist das so? Warum ist das so? Denn Stablecoins, ihr wisst ja, die CBDCs, die Central Bank Digital Currencies, sollen ja bald rauskommen. Und dadurch werden, zum Beispiel wie die chinesische Regierung uns schon vorgeschrieben hat, die können einfach mal Negative Rates, das heißt Minuszinsen, uns aufzwingen und sagen, hey, ihr könnt euer Geld in den nächsten zwei Wochen oder drei Wochen ausgeben. Wenn ihr das nicht tut, dann werden wir Minuszinsen darauf berechnen. Und das könnten sie natürlich nutzen, zu bestimmten ökonomischen Bereichen, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, Investoren oder Leute zwingen, ihr Geld auszugeben. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und wen würde das komplett in die Hände spielen, wenn jetzt keine Stablecoins auf dem Markt wären, wo man 19% jährlich drauf kriegen kann, wenn man die Stablecoins einfach hält, natürlich, den Banken spielt das komplett in die Hände. Warum sollte man sich CBDCs halten, wenn man ein Stablecoin halten kann und Geld darauf bekommt, statt ein CBDC zu halten, wo man auch noch Minuszinsen drauf zahlen muss? Macht keinen Sinn, ist ein reiner No-Brainer. Wenn wir uns mal angucken, Cryptoary hat hier darauf hingewiesen, Charles Hoskinson ist hier auf diesen Artikel eingegangen in seinem Livestream und er hat hier erwähnt, dass hier mal ein Gesetzentwurf rausgekommen ist, der beim Kongress präsentiert worden ist von Jim Himes. Und der hat hier versucht, das einmal schon durchzusetzen, aber es ist beim Kongress nicht durchgegangen. Jetzt kommt es über die beiden Administrationen durch die Hintertür und hier wird tatsächlich nochmal genau erklärt, dass die US Treasury uneingeschränkte Macht darüber bekommen kann, hier wird es auch gesagt, including Cryptocurrency Exchanges. Das heißt, sie könnten bestimmte finanzielle Institutionen und Kryptowährungsexchanges bestimmten Zugang zu bestimmten Kryptowährungen verbieten. Wenn es denen nicht passt, wenn die jetzt sagen, hey, dieser Stable Coin, der passt nicht, der ist den Zentralbankwährungen eine zu große Konkurrenz, könnten die das Ding einfach verbieten. Ohne Gerichtsurteil, ohne Kongresssitzung, ohne nichts. Die können einfach sagen, hey, passt uns nicht weg damit. Fertig. Das heißt, die kriegen hier eine uneingeschränkte Macht darüber, im Bereich Kryptowährungen zu handeln. Und das ist kein gutes Zeichen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wer die ganzen Lobbyisten sind, die dahinter stecken. Der gute Mann hier, der hat bei Goldman Sachs gearbeitet. Der gute Gary Gensler, der hat zehn Jahre bei Goldman Sachs gearbeitet. Janet Yellen, die trifft sich auch mal gerne öfter mit Goldman Sachs Leuten und lässt sich beraten. Und meines Erachtens nach auch eine Lobbyistin. Das ist halt wirklich Goldman Sachs. Darum wird immer gesagt, wenn Goldman Sachs seine Finger nirgendwo drin hat, wird das nicht durch die Decke gehen. Und es ist leider so, die haben sehr, sehr viel Macht in den USA. Und jetzt überlegt euch das mal, Leute. Wenn das Ganze hier wirklich durchgeht, dann gibt es nur eine einzige Kryptowährung in den USA, die eine Klage mit der SAC schon durch hat und als einziges Unternehmen regulatorische Klarheit hat und auch noch verpart hat mit Goldman Sachs ist. Ich meine, man muss ja nur eins und eins zusammenzählen, um zu verstehen, was für eine Show das ist, was die hier durchziehen. Und wie ich schon euch von Anfang an gesagt habe, ich halte diese Klage mit der SAC und Ripple als inszeniert. Man merkt immer wieder und immer wieder, je mehr man Nachrichten liest, je mehr man das weiter herunterbricht, geht es in diese Richtung, dass die Bankenlobby zum größten Teil mit Ripple zusammenarbeitet und dass sie gerne regulatorische Klarheit haben möchten für XRP. Aber gut, vielleicht interpretiere ich da einfach nur zu viel rein. Wir werden aber sehen. Wir werden aber sehen. Ich glaube nicht, dass ich weit weg von der Realität bin. Aber die Zukunft wird es uns zeigen, Leute. Gucken wir uns mal an, was wir hier noch für News haben. Sexuelle Belästigung von Frauen und Minderjährigen im Metaverse in Südkorea. Wie gestört ist das denn? Jetzt hat ein Online-Unternehmen 100 Millionen Dollar freigegeben, um dagegen anzukämpfen. Und selbst in der Regierung tut sich hier was. Die koreanische Kommunikationskommission hat einen neuen Rat eingerichtet, der sich mit dem Schutz der Kunden im Metaversum befassen wird. Der Rat besteht aus 13 Fachleuten aus den Bereichen Recht, Medien, Technik und Industriemanagement. Weiterhin wird hier noch gesagt, Die südkoreanischen Medien haben ausführlich über die Zunahme des Online-Missbrauchs berichtet, der durch das Aufkommen einer surrealen virtuellen Welt, in der Empfindungen viel effektiver in die physische Welt übertragen werden können, als bisher noch verstärkt wird. Das ist verrückt, Leute. Das ist verrückt. Warum ich dieses ganze Metaversum noch kritisch sehe, es hat gar nichts hiermit zu tun, sondern mit der Art, wie Menschen kontrolliert werden können, mit der Art, wie Werbung gemacht wird, mit der Art, wie Informationen gesammelt werden. Das geht nochmal auf ein ganz anderes Niveau. Aber das zeigt uns hier einfach mal, wie weit das schon vorangeschritten ist. Und viele reden noch darüber, ach, weiß ich nicht, wird das was. In einigen Ländern, so wie Südkorea zum Beispiel, die sind sehr, sehr gaming-affin und die stehen auf all so Metaverse-Zeug, ist das schon sehr, sehr weit vorangeschritten. Und ich denke, es wird nicht lange dauern, bis das hier in Europa übergeht. Und in den Resten der westlichen Staaten. Müssen wir mal aufpassen, wie verrückt das wird. Was ist hier los? Warner Music teams up with Sandbox. Die haben sich hier verpartnert mit Sandbox und werden hier im Metaverse Konzerte anbieten und einen Amusement-Park bauen. Sehr, sehr interessant. Und dort werden wahrscheinlich auch Leute, beziehungsweise Artisten, die unter Vertrag sind, wie Ed Sheeran und Lizzo ihre Konzerte geben. Weiterhin wird hier gezeigt nochmal, dass Snoop Dogg genau das Gleiche tut. Er verkauft seine Songs und einige Bilder auch von seinen Partys als NFTs weiter. Und hier wird sogar gesagt, da hat jemand im Metaverse 450.000 Dollar bezahlt, um Nachbar von Snoop Dogg zu sein. Stellt euch das mal vor, im Metaverse. Der hat für ein digitales Stück Land 450.000 Dollar bezahlt, damit der Nachbar von Snoop Dogg ist. Was für einen Wert hat denn das? Ich meine, ich finde es verrückt. Wirklich, ich finde es verrückt. Ich weiß nicht, wie ihr da seht, aber ich finde es einfach verrückt. Warum sollte man für ein Stück digitales Land so viel Geld zahlen, damit man Nachbar von Snoop Dogg ist? Was hat das für einen Wert? Was bedeutet das denn letztendlich? Das ist wirklich verrückt. Ich kann manchmal gar nicht verstehen, was für ein Ausmaß das manchmal annimmt. Was haben wir aber hier? Das ist sehr, sehr interessant. Wir haben Plattformen, die die Cardano-Based Smart Contracts benutzen, beinahe eine Marke von 1.000 erreicht. Das heißt, es gibt beinahe 1.000 Plattformen, die die Smart Contracts von Cardano auf der Cardano-Blockchain nutzen. Und das ist mal ein Zeichen von Adoption aus dem Bereich der Developer, Leute. Und je mehr Developer, je mehr Entwickler die Blockchain nutzen, umso mehr Applikationen werden wir haben, die in die breite Masse verteilt werden kann und die von der breiten Masse genutzt werden kann. Und das wird natürlich dafür sorgen, dass die Cardano-Auslastung etwas hoch geht. Und wie hier auch gesagt wird, wir haben eine 94,49%-Blockchain-Auslastung gehabt bei Cardano vor kurzem. Auch als die Exchange, wie hieß sie nochmal? Die Sundi, Sundi oder Sundi, Sundi Swap, wo sie gelanscht worden ist, ist die Auslastung sehr hoch gegangen. Da wird jetzt viel Cardano kritisiert, dass es nicht skalierbar ist und was weiß ich. Hört diesen Leuten nicht zu, Leute. Das sind hier Sachen, auf die wir mehr achten sollten. Adoption, Anwendung. Und Cardano ist 500 Mal, hört euch das mal an, 500 Mal günstiger als das Ethereum-Netzwerk. Das ist das, was am Ende ausschlaggebend sein wird. Und sobald Hydra kommt und wir Cardano auf über eine Million Transaktionen pro Sekunde hoch skalieren können, wird das Ganze geschwafelt von wegen Cardano, Auslastung, schafft ihr nicht, wird das weg sein und da wird keiner mehr drüber reden. Warum meines Erachtens nach Cardano, einer der Projekte, die riesen, riesen Zukunft hat. Was haben wir hier? Credible Crypto, auch ein Chart-Analyst, der hat hier seine Meinung hier mal uns preisgegeben und gesagt, wo er glaubt, wo das Ganze hingehen wird. Er sagt hier, die Elite Waves zeigen ihm 1, 2, 3, 4. Er denkt hier, wir sind jetzt bald in der Korrektur zu 4 hin und die 5 wird einen Blow-Off-Top haben. Das ist das, was ich zum Beispiel nicht glaube, weil wir haben hier die dritte Wave und er sagt hier eine ABC-Correction, der B-Lag ist über den dritten Punkt hier gegangen. Sehe ich nicht so wie er, er meint halt, das ist eine Flat-Correction seitlich und da bildet sich die vierte Wave und da geht es in die fünfte Wave hoch. Ich finde, man sollte viel mehr Aspekte mit einnehmen. Wo wir gerade bei einer Marktkapitalisierung sind, dass wir schon da die höchste Fibonacci-Retracements erreicht haben und eine sehr, sehr starke Sättigung auf dem Markt haben, wird hier nicht in Betracht gezogen und darum favorisiere ich das hier eher nicht. Natürlich hätte ich viel lieber das, was er hier sagt, aber ich halte das nicht für realistisch. Nichtsdestotrotz werde ich euch das hier trotzdem zeigen, weil ich hier nicht Confirmation-Bias produzieren soll, dass ihr euch nur anguckt, weil ihr das Gleiche glaubt wie ich. Es gibt auch andere Meinungen. Das könnte natürlich auch sein. Ich könnte komplett Unrecht haben und auch das könnte passieren. Wenn wir uns angucken, was uns Blockchain-Backer in seinem Video gezeigt hat, der hat hier einen Teil. Ich glaube, das ist vom 3. Mai 2018 bis 13. August ungefähr 2018 hat er diesen Teil hier ausgeschnitten und hier überlappt. Und schaut euch mal an. Schaut euch mal an, wie identisch. Im 2-Stunden-Chart ist das übrigens. Wie identisch das hier verläuft. Und viele sagen immer noch, na, es ist alles anders als in der Vergangenheit. Nichts ist anders als in der Vergangenheit, Leute. Nichts. Schaut euch das mal an. Aber wie verrückt ist dieser Verlauf und wie ähnlich ist er dem, was gerade abgeht. Das ist schon richtig gestört, meines Erachtens nach. Und heißt es jetzt, dass es genauso weitergehen muss in der gleichen Struktur? Nein, das heißt es nicht. Aber diese Breaking-Structure, die wir haben, so wie das herunterbricht gerade mit der Accumulation-Phase, es ist schon verrückt, wie ähnlich das dem ist. Und darum denke ich auch, wir werden so eine ähnliche Bewegung haben. Auf die Fibonacci-Tracement. Von 70,2 und 78,6 hochgehen, bis wir dann die Korrektur sehen und in den Bärenmarkt gehen. Und wenn wir mehrere Faktoren mit einbeziehen, wie die Marktkapitalisierung, wie die Stimmung auf dem Markt ist. Ich glaube nämlich eher, dass wir diese Entwicklung haben. Ich sehe alles ähnlich wie dieser Credible Crypto. Kann man auch gar nicht anders sehen. Wir haben hier erste Wave, zweite Wave, dritte Wave. Meines Erachtens nach ist die vierte Wave hier schon vorbei gewesen. Warum denke ich das? Ich denke, wir haben hier eine schöne klassische ABC-Correction nach unten gehabt. Wir haben hier die Aufwärtsbewegung gehabt. Und eigentlich bin ich der Meinung, dass die fünfte Wave hier schon zu Ende ist und wir keine signifikanten höheren Bereiche als die dritte Wave erreichen werden. Wir sind hier kurz über die dritte Wave gegangen. Nichtsdestotrotz markiere ich das einmal in diese Richtung, damit wir sehen, wann dieser Move ungefähr beendet ist und wir in die Retracement gehen. Dann werde ich das später wieder umrennen und hier entpacken. Er meint halt, dass diese vierte Wave, die kleine vierte Wave innerhalb der fünften Wave, die ich hier gebildet habe, dass das die große vierte Wave ist. Das heißt, diese Wave meint er, ist dann hier irgendwo, sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Wenn wir uns das mal anschauen, in welche Richtung hier der Markt geht. Wir haben gestern den 13er Fibonacci EMA Ribbon angetestet, sind hier komplett runtergegangen. Der 89er Fibonacci EMA Ribbon, kreuzt jetzt die 233er. Sollte der 144er auch runtergehen, haben wir in der Historie, wie wir hier sehen können, jedes Mal, wenn wir eine gute Crashbewegung hatten, dort hier nach dem Bullrun und hier nach dem 2013er Bullrun auch, hat uns das immer darauf hingewiesen, dass wir einen Crash sehen werden, dass wir eine starke Korrektur sehen werden, die darauf folgt. Und der 89er, wie wir hier sehen können, die blaue Linie, hat hier schon, ich zoome mal noch ein bisschen näher ran, hat hier schon die 233er nach unten gekreuzt. Wenn die 144er das auch tut, dann wird das nochmal eine weitere Bestätigung für uns sein. Wie wir sehen können, hat der S&P 500 gestern hier schön einmal runter korrigiert. Wir haben eine gute Aufwärtsbewegung gehabt, aber dann wieder runter korrigiert. Der Dow Jones hat das Gleiche gemacht. Ich denke mal, das braucht eine kleine Weile, bis wir die Informationen, die durch das S&P Meeting rausgekommen sind, verarbeiten. Wenn wir uns hier den DAX angucken, ist der gestern schön nach oben gegangen. Heute ein bisschen wieder runter korrigiert. Und das Interessante ist, dass er genau hier auf die 233er Fibonacci AMA Ribbon runter korrigiert ist. Mal sehen, wie sich das heute weiterentwickelt, wenn die US-Börse erstmal öffnet, in welche Richtung das geht. Ich bedanke mich jetzt erstmal und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Und Crypto Heroes out!